Was ist das Gefühl, dir rennt die Zeit davon? Frau Lehrerin! Das ist langweilig! Lehrerin, ich kann hier die Schrift nicht lesen! Darf ich auf Toilette? Chantal hat mein Brot angefasst! Ich muss auf Toilette! Dein Büro gleicht einem Lager? Du schleppst deinen halben Haushalt mit in die Schule? Du bist nur noch ein Schatten deiner selbst? Aber nun beginnen die schönen Zeiten! Lüge, jetzt geht's erst richtig los!